Jungenfahrt! Hallo und herzlich willkommen zu König der Löwen! Das Spiel, wo ich zwar einige Leute kenne, die gesagt haben, boah, das ist mega schwer! Ähm, ja, ist es. Besonders wenn es um den Punkt geht, sich an bestimmten Kanten des Spiels festzuhalten. Nee, das war ein bisschen hochgesprungen. Oh, komm! Cool! Cool! Ich war nie wirklich großer König der Löwen-Fan, aber irgendwie... Keine Ahnung. Habe ich jetzt über ein Nintendo-Spiel gesehen und dachte mir, das muss ich haben! Und dann habe ich es mir bestellt. In den Katalog. Ja, in den Katalog. Okay. So. Cool! 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 Und Bosskampf! Au! 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 Und gewonnen! Akuma-Matada! Alles, was das Licht toucht, ist unser König. Da konnte ich immer nicht unterscheiden, was sind jetzt die schlechten Dinge und was sind die guten Dinge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Halt dich doch mal fest da, Junge. Mann, an dem Punkt da musst du doch irgendwo sein. Warum denn nicht? Ah, endlich. Yeah. Ich bin Simba, ich halte mich mal jetzt so fest. Ach, jetzt wieder nicht. Hm, ja. Oh, hey, what the fuck. Ja, die folgenden Welten verschieben sich leider um ein paar Stunden. Ach, shit happens eh. Ich weiß jetzt so nicht, was da oben ist oder so. Also, naja, toll, die Sleerspinne darf ich da sowieso nicht nehmen. Wer war hier nicht eben noch nennen? Hier musst du mich, glaube ich, beeilen. Oh nein. Oh nein. Die Geysire. Ich hab den auch gleich noch ein Leben abgezockt. Okay. Okay. Why are we vielleicht hinaus? Fuck mich, wenn ihr könnt. Boah, ich komme ja hinterher. Alter, Falter, zu viele Gegner. Oh, da ist ein Lehm. Da unten ist ein Continuum. Aber, wenn ich mir das da unten hole, muss ich alles neu laufen, wa? Ah, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich sterbe sowieso nicht. Ach, komm, wieso denn immer das wehe? Das ist voll unfair. Wie ist es dann noch eine? Und ich wurde beobachtet. Boah, das war ja mega fies. Äh, aber ich weiß nicht mehr, was hat das gebracht mit den Käfern? Ich bin, aber ich weiß nicht mehr.